Wenn ich in Urlaub gehe, dann ist es immer so ein bisschen Abenteuer dabei. Entweder mich beißt eine Schlange oder eine Feuerqualle will mit mir kuscheln. Und diesmal war ich in der Türkei in einem Krankenhaus mit einer Rippenfeldentzündung. Jetzt spreche ich die Sprache aber nicht. Ich habe dann den Google-Übersetzer bedient, benutzt, drückt es dem Arzt in die Hand, und dann guckt er drauf, schaut die Schwester an, schaut wieder drauf, schaut nochmal die Schwester an, schaut mich an, schüttelt den Kopf. Und dann bekam ich irgendwelche Schmerzmittel, intravenös, das hat also ein bisschen geholfen, aber so wirklich das Wahre war es nicht. Ich musste also am nächsten Tag da wieder hin. Und auf einmal steht vor mir ein Brocken von einem Mann. Ich habe schon gedacht, oh, oh, was passiert denn jetzt? Dann grinst er mich an, sagt, grüß dich, ich bin der Heimatzer Schwabing, wo es geht. Ich habe so gelacht und der Anblick eines mit Rippenfell entzündeten liegenden Patienten, der versucht zu lachen, das muss köstlich sein. Also für Außenstehende, für mich war das nicht so lustig. Der gute Heimatzer hat mir dabei dann auch intravenös irgendwas gegeben und ich war nur noch am Fliegen. Ich glaube, wenn ich in vier Wochen so einen Drogentest bei der Polizei machen muss, falle ich da doch durch. Also hat richtig geholfen. Jetzt reicht es natürlich nicht. Also habe ich ja noch Corona mitgebracht. Corona, ne? Nicht Corinna, sondern Corona mitgebracht. Aber jetzt bin ich einigermaßen fit und das ist auch gut, denn am Montag nächste Woche, also jetzt nicht übermorgen, sondern nächste Woche, gibt es das hier am 1. Juli. Da freue ich mich schon seit Monaten drauf. Der Martin und ich, wir haben endlich einen gemeinsamen Termin gefunden, wo wir eine Wunschanalyse von euch machen werden. Und das Ganze wird veranstaltet von den Trading Brothers, weil die haben die Software, die haben das Team, die bauen die Thumbmills, die werten die Aktien aus. Deswegen habe ich extra so einen Minifilm gemacht, den werde ich heute oder morgen auch noch reinstellen. Da geht es um das Anmeldeprozedere. Es ist nicht schwierig, es ist halt einfach nur diesmal ein bisschen anders. Es wird auch aufgezeichnet, aber ich lasse alles bei den Trading Brothers und die stellen das dann irgendwie über Vimeo rein. Ich werde es nicht über YouTube reinstellen. Deswegen guckt da mal, das kommt entweder heute oder morgen, kommt der Film, das dauert, glaube ich, drei oder vier Minuten. Ist im höchsten Maße auch edukativ, weil wir wollen nicht nur Dröge analysieren, sondern wir zwei werden uns auch da ziemlich viel unterhalten. Wieso nimmst du jetzt das und nicht das? Warum guckst du da drauf und nicht da drauf? Fällt dir das auf oder jenes? Martin und ich, wir analysieren ähnlich, aber doch unterschiedlich. Also same, same, but different. Deswegen lade ich euch herzlich dazu ein und nochmals, wenn nur die, die registriert sind, bekommen auch hinterher den Link zu diesem Vimeo-Zeugs. Und jetzt gehen wir zum DAX. Ich habe euch ein bisschen Woller versprochen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich hier gefahren bin, aber wir haben ja deutlicher verloren. Mir wäre es am liebsten gewesen, dass wir hier diese 17.923 wirklich gesehen hätten. Haben wir kurz vorher gedreht. Die 17.923 sind von dieser ganzen Bewegung hier seit dem, wo ist jetzt mein Fadenkreuz? Hier vom 17.1., also sozusagen dem Jahrestief, ist das das 18.30 Retracement. Das hat er genutzt, touchiert, gekuschelt und ist da von da aus wieder ein bisschen hochgegangen. Ich werde im Anschluss an diesen Film oder im Film nach dem DAX, mache ich den Spread zum Nasdaq auch noch. Guckt da auch nochmal rein, das ist nämlich ganz interessant. Wir sind wieder in das Band rein, aber deutlicher unter der 20-Tage-Dinie. Die liegt bei 18.409 per Freitag. Bei mir wird der Markt erst dann wieder deutlicher positiv, wenn wir diesen Punkt hier überbieten. Das ist die 18.655. Da hat er noch ein bisschen Platz, aber es war ja schon eine erhebliche Schwäche, also auch in den letzten Tagen insbesondere gegenüber dem Nasdaq. Von der Technik her fangen wir an, uns hier wieder ein bisschen zu stabilisieren, sowohl über den Trendfolger als auch über die Stochastik, sodass es davon ausgeht, dass wir in den nächsten drei, vier Handelstagen durchaus wieder Kontakt mit der 20-Tage-Linie aufnehmen. Ob die dann bei 18.380 liegt, 70, 60, 50, weiß ich nicht, weil die ist weiter am Fallen. Also nochmal, es wäre mir lieber gewesen, wir hätten das hier mal rausgenommen und damit auch den Chart bestätigt, aber es liegt im Toleranzbereich, das ist in Ordnung. Aber um weiter zu steigen, müssen wir hier drüber. Das müssen wir dann schon machen, sonst hat das keinen Sinn. Das ist einfach zu wenig. Ich habe die Scheine neu machen müssen, jetzt muss ich gerade mal gucken, weil dann sind dann auch während meiner Abwesenheit, ist dann schon der eine oder andere geknallt. Und die habe ich jetzt neu genommen. Ich habe einen genommen mit 700 Punkten und einen mit 1000 Punkten Abstand und in etwa das Gleiche auch bei dem Putz. Ich denke an die Leute, die bei Scalable sind, über Goldman Sachs Scheine oder die, die bei Trade Republic sind, über die Scheine von der UBS. So, das sind diese hier auf jeden Fall. Also ich bin nicht negativ für den Markt, ich sehe das nach wie vor hier als Unterstützung an, aber er muss schon ein bisschen mehr Gas geben, um, sagen wir mal, mehr Vertrauen aufzubauen. Ja, so möchte ich es mal formulieren. Ich habe im Index keine Position. Und jetzt mal ganz kurz hierzu. Das ist der Unterschied zwischen DAX und NASDAQ. Am, wo ist mein Zettel? Am 1. Viertel lag der DAX 170 Punkte über der NASDAQ. Am 2. V. 355 Punkte. Und seit dem 31. V., da sind wir hier sowas, ja, fängt er an zu steigen und hat. Ihr seht es hier, das ist der NASDAQ, das ist der DAX. Ist also heftigst gestiegen. Und der Unterschied war, am Donnerstag oder Mittwoch, jetzt weiß ich auch nicht mehr, waren 1.960 Punkte. Und er hat das Ding innerhalb von 2, 3 Stunden wieder nachgegeben auf 1.450. Ich finde das sehr angenehm zu spielen, im Sinne von, ich gehe NASDAQ Short. Ich mache auch hier schon mal die Scheine rein. Ich gehe NASDAQ Short über, so ist es, über Puts, die weit weg sind. Hier, sowas. Auch hier habe ich an die Trade Republic Leute gedacht und an die Scalable Leute. Kann man sich dann aussuchen, welchen sind etwa die gleichen Scheine. Indem ich so einen Put hier kaufe, der weit, weit weg ist, 2.500, 2.600 Punkte. Und ich kaufe einen Call im DAX dagegen. In diesem Fall war das, was ich habe gemacht, den 16.105er. Ich gehe aber da nicht mit dem vollen Size der Position rein. Ich habe nur ein Viertel gemacht. Aber das waren innerhalb von Stunden, waren das bei mir zumindest, 350 Punkte. Das Interessante dabei ist, man darf das nicht nur einseitig sehen, sondern man muss gucken, okay, wenn der DAX steigt, fällt wirklich der NASDAQ. Ja, weil es bringt nichts, wenn der DAX steigt, der NASDAQ auch. Da muss man ein bisschen drauf achten. Aber ich empfinde es als sehr bequem, wenn die Position nicht so groß ist, dass es einen nervös macht. Das darf nicht passieren. Aber ansonsten ist das, das ist ein Spiel, das habe ich schon häufiger gemacht. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Abstand auch wieder weiter reduziert. Vielleicht zu dem Bereich 900 bis 1.000. Muss aber auch, deswegen mache ich nur ein Viertel davon ausgehen, dass er mal die 2.000 übersteigt. Jetzt haben so Werte wie Nvidia, hat ja auch mal 10% verloren, jetzt in wenigen Tagen. Das ist nicht wenig. Und das bewegt halt die Indizes. Ich finde halt nur die Geschwindigkeit des Auseinanderklaffens von dieser Schere, das war zu viel. Und dann bei sowas werde ich dann hellhörig, gucke es mir an. Und ich wollte es halt mal zeigen, weil ich das immer mal wieder beschreibe, diesen Abstand zwischen den beiden. Und ich glaube, da kann man immer mal 3, 4, 500 Punkte mitnehmen. Man muss aber, das sage ich nochmal, auch damit rechnen, dass man da 100 oder 200 Punkte schief liegt. Aber das passt sich irgendwann irgendwie immer mal wieder ein bisschen besser an. Also da einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist keine Geschichte. Diese Woche war es Zufall. Es ist keine Geschichte von ein paar Stunden oder ein, zwei Tagen, sondern das kann durchaus auch mal 2, 3, 4 Wochen dauern. So, ich würde mich freuen, wenn ihr am Montag in einer Woche am 1. Juli kommt. Und ansonsten bin ich jetzt wieder da. Ich habe keinen Urlaub geplant. Ich bin auch wieder einigermaßen fit. Sollte also alles ganz geregelt weiterlaufen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und werte Beute. Bye, bye. Bye.